Herzlich willkommen, Herr Rödel. Wir sind hier, um über unsere gemeinsame Zusammenarbeit zu sprechen, die wir ja jetzt schon über viele, viele Jahre auch gemeinsam gut umsetzen. Nicht nur im Projektgeschäft, sondern auch im täglichen Doing und im Managed Service. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was erzählen, was uns die Zusammenarbeit hingebracht hat am Ende des Tages. Ja, ich bin ja jetzt seit zwei Jahren und zwei Monaten bei der IT Logistics und vom ersten Tag an hat die Zusammenarbeit wunderbar funktioniert, zumindest auf meinem Blickwinkel, seit ich dabei bin. Die Kollegen haben immer geschwärmt, da gibt es ein paar Koryphäen bei ihnen, die ihnen Tag und Nacht aus der Patsche helfen, wenn was ist. Die Expertise, die ihre Mitarbeiter mitbringen, die sind deutlich über dem, was ich von anderen, ich sag mal, Experten so gesehen habe bisher. Unser Geschäft ist ja ganz einfach. Wir bauen neue Sites auf für unsere Kunden, dann wird entsprechend Lagerhaltung betrieben, man braucht Transport und wenn wir eine neue Site aufbauen, brauchen wir komplett Netzwerkausstattung für diese ganze Site. Das geht eigentlich ein bisschen nach dem Schema F. Wir haben aber oft ein paar Sonderthemen wie Videoüberwachung oder andere Dinge, die dann doch mal ein bisschen aus der Art schlagen, aber in jedem Fall war das immer eine super Leistung von den Kollegen. Sehr schön, ja. Also gerade auch das partnerschaftliche Verhältnis, was wirklich partnerschaftlich ist in diesem Falle, wo man wirklich über sehr viele Dinge auch sprechen kann und immer auch ein offenes Ohr hat, auch wenn es mal Probleme gibt oder auch nicht, dann ist, denke ich, absolut der richtige Weg in dem Falle. Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft oder die zukünftige Zusammenarbeit mit der Axios? Wir haben, unser Geschäft ist einfach, ist immer das Gleiche. Eine neue Site wird aufgemacht. Wir brauchen Unterstützung von Ihnen wie immer. Kann auch mal sein, dass wir vielleicht mal zwei, drei Sites parallel oder überschneiden aufbauen müssen. Da brauchen wir natürlich noch mehr Unterstützung als zuvor. Aber ich glaube, gesehen davon haben wir jetzt keine großen Pläne. Wir sind mit dem neuen Vertrag, den wir jetzt aufgebaut haben, erstmal dort angekommen, wo wir hin müssen. Und für die Zukunft können wir uns ja mal überlegen, gibt es irgendwelche innovativen Themen, die Sie gerne mal ansprechen möchten. Und wir können mal schauen, ob die einen Nutzen für uns haben. Und dann schauen wir mal weiter. Sie sprachen von neuen Sites, die immer hinzukommen. Was können wir genau darunter verstehen? Wir als ID Logistics betreiben Leerlagerhäuser für unsere Kunden. Wir bereiten die Services auf beim Einlagern, Umlagern, Aufbereiten und Auslagern. Das ist unser Kerngeschäft. Und in diesem Bereich müssen wir natürlich auch Netzwerkkomponenten installieren. Diese Geschäfte sind Kontraktgeschäfte. Das heißt, die laufen über einen festgelegten Zeitraum. Das können drei Jahre sein, können fünf Jahre sein oder auch länger. Und im Rahmen dieser Zeiten, die wir da festgelegt haben, brauchen wir entsprechende IT-Services, um das Lager zu betreiben. Ja, das ist natürlich der Vorteil auch von standardisierter Hardware, die wir aktuell verwenden. Das heißt, wir haben Cisco komplett im Netzwerk und im WLAN-Umfeld. Und Security-seitig setzen wir auf Fortinet, haben da immer eine homogene Landschaft sitzen und dadurch dann auch natürlich die richtigen Experten an der richtigen Stelle. Ja, das ist korrekt. Das hilft uns. Gerade im Bereich der Sicherheit gibt es bei uns keine Ausnahmen. Wir müssen alles tun, damit uns nichts passiert. Hilft es, wenn Ihre Experten nicht nur Expertise mitbringen, sondern wir auch die Geräte benutzen, die sie gut kennen und wo uns nichts passieren kann. Absolut, ja. Und auch das ein oder andere Security-Thema weiter vielleicht auch nochmal öffnen und näher bringen, damit man dort auch für die Zukunft gewappnet ist. Ja, wie Sie wissen, Herr Schreiner, haben wir Audits bzw. Pen-Tests. Am Anfang war es einmal im Jahr. Mittlerweile sind es, glaube ich, zwei-, dreimal im Jahr. Die werden weltweit durchgeführt. Und die Ergebnisse müssen wir uns natürlich auch genau anschauen. Und es ist natürlich immer schön, wenn wir zum Schluss eine Benotung bekommen. Wir haben jetzt nach der letzten Benotung eine Bewertung A bekommen aus Frankreich, was die beste Benotung ist, die man bekommen kann von A bis D. Und das war schon mal bei B gestanden. Und das war natürlich auch mit der Arbeit, die wir gemeinsam mit Ihnen die letzten Monate verrichtet haben. Die haben zu diesem tollen Ergebnis geführt. Sehr gut. Herr Rödel, dann vielleicht noch eine letzte Frage. Können Sie den Satz bitte vervollständigen? Network as my service bedeutet für mich? Ich muss sagen, network as our service, betrachten wir nicht als Einzelperson oder als Team oder als Firma, bedeutet für uns, dass wir einen kompetenten Partner haben, der die richtigen Mitarbeiter auch bei uns platziert und uns ergänzt zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir planen gerne diese neuen Sites und brauchen jemanden, der fehlerfrei die Sachen umsetzt. Und je mehr Mitarbeiter an diesen Themen und Systemen arbeiten, umso weniger Fehler machen sie. Und diese Expertise bringen sie mit. Und das ist unser Service, den wir von Ihnen bekommen. Und das ist unser Service, den wir von Ihnen bekommen.